Eine Schweißbehandlung bei einer Patientin, die das bereits bei uns mehrere Jahre durchführen lässt, und zwar in einem Abstand von 8 Monaten bis einem Jahr. Das Besondere an dieser Schweißbehandlung ist, dass die Schweißproduktion erst gar nicht stattfindet unter den Achselhöhlen, im Gegensatz zu einer Deo-Benutzung. Wenn man ein Deo benutzen würde, würde die Schweißproduktion ja vorhanden sein, nur die Ausschüttung aus den Schweißdrüsen würde gehemmt sein, das ist natürlich nicht so ganz gesund. Wenn man aber die Schweißproduktion in einer so kleinen Fläche, natürlich ist es eine bedeutsame Fläche unter den Achseln, hemmt, ist das für den Körper absolut kein Problem. Und wenn die Behandlung in dieser Art und Weise durch ein Facharzt für plastische seelische Chirurgie, der Level Klasse 1 durchgeführt wird, hat man auch hier mit keinen Komplikationen zu rechnen. Und innerhalb von wenigen Minuten ist diese Behandlung durch und man hat für 8 Monate keine Schweißbildung.